Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von The Fall Guy, der neue Film mit Ryan Gosling. Ich bin nicht Ryan Gosling, ich weiß, manchmal werde ich damit verwechseln, aber glaub mir bitte, ich bin es nicht. Ich bin der Stu und heute meiner Seite ist einmal die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und hallo Melanie. Hallo. Ihr Lieben, wir konnten The Fall Guy schon vorab sehen. Der Film, ich möchte mal spekulieren, das ist der Film, der dieses Jahr die Saison der Sommer-Blockbuster einleitet. Und ganz vorne mit dabei ist Ryan Gosling als Cole Zivas. Und alte Menschen wie Theresia und meine Wenigkeit, wir könnten vielleicht noch so ein bisschen denken, Cole Zivas, da war doch irgendwas. Theresia, hast du da vielleicht eine Antwort für uns? Hm, also ich kann mich ganz dunkel an die Anfang 80er erinnern, da gab es diese tolle Serie, ein Colt für alle Fälle. Ich habe sie leider nie wirklich intensiv geschaut, aber ich kann natürlich die legendäre Titelmusik und durchaus schon auch die Schauspieler, die mitgespielt haben und halt so grob die Handlung, was eben Cole Zivas als Stuntman und eben als Bounty Hunter eben so getrieben hat. Aber wirklich oft gesehen, die Serie habe ich nicht. Ja, also bei mir ist es ähnlich, ich kannte diesen Namen Cole Zivas, ich wusste, dass es mit einem Colt für alle Fälle zu tun hat. Ich habe die Serie aber nie gesehen. Ich verbinde halt Lee Majors, der damals Cole Zivas gespielt hat, auch immer mit dem 6-Millionen-Dollar-Mann. Da kann ich auch schon mal gleich sagen, es gibt im Film einen Moment, wo sie diesen ikonischen Sound-Effekt aus dieser Serie kurz einblätten, das gibt schon mal einen Pluspunkt für mich. Aber ich glaube mal einfach, und da jetzt direkt mal an dich, Melanie, die Frage, wenn man die Serie nicht kennt oder auch gar nicht weiß, dass das The Fall Guy auf einer gleichnamigen Serie basiert, hattest du damit irgendwie Probleme? Nein. Man muss ja sagen, es ist jetzt kein Remake von der Serie, es ist halt, du hast halt die gleichen Charaktere, die Namen, die Jobs sind gleich, aber sonst ist, glaube ich, nicht sehr viel Gleiches mit dabei. Ja, man versteht eine Anspielung am Ende halt nicht. Ja, also ich sag mal so, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da schon Sachen drin sind, die sehr explizit auf diese Serie anspielen, aber die sind wahrscheinlich so versteckt, dass es wirklich nur Fans erkennen. Deswegen, wenn ihr wirklich Fan der alten Serie seid, dann kann es auch wirklich möglich sein, dass ihr da vielleicht die ein oder anderen Easter Eggs serviert bekommt. Das möchte ich jetzt hier nicht ausschließen, aber für uns drei, die jetzt mit der Serie nicht so vertraut sind, wir konnten das Problem uns auch ohne Vorwissen sehen. The Fall Guy, sagte ich schon, soll den Sommer-Blockbuster 2024 einläuten und ob er das schafft, das werden wir jetzt klären. Bevor wir das tun, müssen wir aber eine Sache noch herausfinden und das kann die Melanie ganz schnell abhandeln, nämlich worum geht es denn in The Fall Guy? Nachdem Stuntman-Code Severs einen schwerwiegenden Unfall am Set hatte, ist er fürs Erste raus aus dem Business. Doch für seine ehemalige geliebte Jodie, die nun als Regisseurin agiert, kehrt er zurück ans Set, um zu garantieren, dass ihr erster Film ein absoluter Erfolg wird. Doch um den Film zu retten, muss er den verlorengegangenen Starschauspieler Tom Ryder retten und gleichzeitig seine Fehler bei Jodie wiedergutmachen. Melanie, in welchen Voraberwartungen bist du in diesen Film gegangen? Ich hatte einfach erwartet, eine lustige Nummer zu sehen. Das ist irgendwie das, was ich von den Trailern so den Vibe bekommen habe auf jeden Fall. Und einfach mehr über das Stuntman-Dasein zu erfahren, weil ich davon jetzt eigentlich auch an sich gar nicht mal so viel weiß. Ich habe da mit viel Action gerechnet, mit viel Humor, mit einer mehr oder weniger gut endenden Liebesgeschichte und natürlich heute schon auch mit der ein oder anderen Anspielung auf die Originalserie. Und ja, ich muss sagen, es hat funktioniert. Ich hatte jetzt auch die Trailer gesehen und hatte die anderen Promotion-Sachen und ich hatte mir auch versprochen, das wird eine gute Zeit, das wird eine richtig schöne kurzweilige Action-Sause mit viel Witz, natürlich obligatorischen Liebesgeschichte, die ja hier zwischen Ryan Gosling und Emily Blunt stattfinden soll. Und da komme ich gleich mal zu dem ersten Punkt, wo ich sagen muss, weil ich glaube, wir werden heute auch viel loben, aber ich möchte gerne mit ein bisschen Kritik anfangen, zumindest von meiner Seite aus. Ich finde, dass die Liebesgeschichte zwischen Ryan Gosling und Emily Blunt ist nicht schlimm, ist nicht schlecht, aber sie tendiert bei mir mehr in Richtung so, ja, nehme ich halt mit. Aber es ist nicht der Kern des Films, den ich in Erinnerung behalten werde. Melanie, wie ist es bei dir? Ich weiß, dass viele das sich mögen und du bist jetzt einer davon, du bist jetzt das Paradebeispiel von den Leuten, die es nicht so gerne mögen. Ich mochte es eigentlich, also ich war immer die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, weil Emily Blunts Charakter ja ganz viel über ihre Beziehungen redet, aber ist so verpackt in dem Sinne, das ist der Plot des Films und sowas. Und das war halt irgendwie auch ein lustiges Gimmick so, aber ich war die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Finde ich das jetzt cool? Also finde ich das jetzt unterhaltsam oder ist das jetzt irgendwie schon manchmal ein bisschen nervig? Versiert sich eigentlich schon so über den ganzen Film. Aber an sich fand ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich hatte irgendwie trotzdem Spaß daran und ich fand die Chemie zwischen den beiden jetzt eigentlich gar nicht auch so schlecht, wie viele andere finden. Ja, für mich ist der Fokus auch nicht direkt auf dieser Liebesgeschichte. Also die ist schon schön, dass die mit dabei ist und ich finde auch, dass quasi die Chemie zwischen den beiden schon funktioniert und er sich ja bemüht, da wieder einiges gut zu machen bei ihr. Aber für mich ist es auch nicht so der Hauptteil von diesem Film. Es geht halt für mich wirklich so darum zu zeigen, was halt eben Cole Seabas so als Stuntman alles kann und was er alles so durchleiden muss. Also das ist für mich schon immer der Hauptcharakter. Aber gestört hat mich jetzt die Liebesgeschichte nicht. Ich fand es dann trotzdem schön, dass das mit dabei war. Ich meine, wenn jemand jetzt fragen würde, was ist das für dich für ein Genre, da würde ich als erstes sagen, es ist auf jeden Fall ein Actionfilm. Es ist keine Rom-Com. Es ist eine Action-Komödie. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich fand sie jetzt auch nicht störend. Also das auf gar keinen Fall. Es war jetzt nichts an dieser Romanze dran, wo ich das Gefühl hatte, es zieht den Film runter, es bremst den Film aus. Bis auf eine Szene, wo ich wirklich sagen muss, da hat mir der Schnitt nicht so ganz zugesagt. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Nitpicking. Aber es ist solide. Also in dem Bereich ist der Film echt solide. Und ich kann es auch verstehen, die wollen natürlich, dass Zielgruppen aller Art da reingehen. Und ich glaube, dass das auch Leute dann abholt, die vielleicht nicht wegen der Action reingehen, sondern vielleicht auch, weil sie einfach nur unterhaltsame Komödie sehen wollen mit ein bisschen Romantik. Und da liefert der einfach ab. Oder nur Ryan Gosling. Oder Ryan Gosling. Und das ist der nächste Punkt, denn ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie ihr zu Ryan Gosling steht. Also ich weiß es bei Theresia und Theresia weiß es bei mir. Deswegen fange ich nochmal neu an. Melanie, ich weiß nicht, wie du zu Ryan Gosling stehst. Ich weiß aber, dass Theresia und ich finden den Mann eigentlich sehr, sehr knorke. Wie ist es bei dir? Knorke? Ich bin voll im Game drin, sage ich dir. Ja, also er ist halt für mich Beach. Und ich liebe ihn halt. Ich verstehe komplett, was das bedeuten soll. Ja, ja, erzähl weiter. Ähm, nee, ich mag ihn total gerne. Also das letzte Mal habe ich ihn ja in Barbie gesehen. Und mein allerliebster Film mit ihm ist tatsächlich La La Land, weil La La Land in meiner Top 3 der besten Film aller Zeiten ist. Deshalb hat er auch schon einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Also ich mag den, ich sehe den immer gerne. Mhm. Definitiv. Definitiv. Ich habe auch noch keinen schlechten Film mit ihm gesehen. Also ich überlege gerade, ich, ähm, also mir gefällt der auch immer. Also nicht nur in komödiantischen Rollen wie Barbie. Ähm, ich bin kein Fan von La La Land, aber auch da gefällt der mir. Blade Runner war auch gut. Blade Runner, First Man. Wenn man bei Komödien sagt, ich bin ein Fan von Crazy Stupid Love. Ja. Auch toll, ja. Also ich glaube, wir könnten alleine jetzt schon zehn Minuten füllen, indem wir einfach nur Titel sagen, wo Ryan Gosling Mitspiel liebe gut finden. Oder wo wir ihn gut finden. Also der Mann ist eine sichere Bank. Und der hat halt immer dieses, dieses Verschmitzte. Ja, und das bringt dir halt auch wirklich gut jetzt in diese Rolle mit ein. Weil du brauchst halt gefühlt zwei Minuten. Und du weißt genau, mit diesen Cold Seavers auf der Leinwand, verbringst du jetzt die nächsten zwei Stunden und du freust dich drauf. Ja. Aber er hat schon irgendwie da dieses gewisse Etwas, wo man ihn halt immer gerne sieht. Und wenn er, also er weiß schon gut, quasi damit umzugehen. Wisst ihr, was ich witzig finde? Ich habe gerade gelesen, dass der Film ja schon seit 2010 in der Entwicklung ist. Und man hat in der Zeit schon so mehrere Leute so überlegt, die man casten könnte für Cold Seavers. Und zum Beispiel so Tom Cruise, Keanu Reeves, Nicolas Cage, Jason Steffen, Dwayne Johnson. Ich bin irgendwie echt froh, dass das Ryan Gosling geworden ist. Könnte mir jetzt auch, nachdem ich den Film gesehen habe, auch niemanden anderen vorstellen in der Rolle. Also er macht sich diese Rolle schon zu eigen, ohne dass man das Gefühl hat, dass er da irgendwie, sag ich mal, den Superstar raushängen lässt. Was ja auch wiederum passt, denn Aaron Taylor Johnson spielt ja auch mit. Und der spielt ja so seinen, also den Hauptdarsteller in dem Film. Das ist ja ein Film im Film quasi. Und Tom Ryder heißt er in dem Film. Und der ist halt echt ein Arsch. Muss man mal sagen. Und ich habe jeden Moment genossen, wo immer wieder so einem aufs Brot geschmiert worden ist, so wie eigentlich scheiße so Hollywoodstars eigentlich sind. Es hat so das Klischees von, ich bin hier der tolle Held und ich bin dann hier immer auf die Titelseiten und... Ich mache meine Stunts. Ja, ich mache meine Stunts selbst, so voll der Angeber und der Schleimer. Was man ja auch sagen muss, und das finde ich wirklich ganz famos, ich wie viele andere auch sagen seit Jahren, dass es eigentlich eine Unverschämtheit ist, dass diese Stuntleute ihr Leben aufs Spiel setzen, teilweise auch jetzt gar nicht mal so viel Kohle dafür bekommen, es tierisch aufwendig ist und sie dann nicht mal eine Oscar-Kategorie haben. Das finde ich halt, ist echt eine Unverschämtheit. Das war ja auch beim letzten Oscar so, dass Emily Blunt und Ryan Gosling da aufgetreten sind, hauptsächlich um diesen Film zu promoten, aber auch ganz klar zu sagen, Leute, wie wäre es mal mit dem Oscar? Und ich finde es ganz gut und ganz nett, dass sie bei der letzten Oscar-Verleihung so eine Art Best-of-Stunt der letzten Jahre gezeigt haben, aber trotz allem, Oscar ist fällig. Und man kann The Fall Guy ganz vielen Facetten anschauen und verstehen, aber für mich war es sehr klar, dieser Film soll nochmal sagen, Leute, wie wichtig Stunts sind. Oder Stunt Männer und Frauen. Und ich finde, dieser Film ist ein Paradebeispiel, weil es eine super Bewerbung ist, der Academy nochmal klarzumachen, Leute, wir brauchen halt so einen Stunt-Oscar. Und das ist schon mal sehr viel wert. Das finde ich sehr sympathisch, sehr nett und sehr richtig. Es sind ja wirklich, finde ich schon, sehr krasse Stunts mit dabei. Einfach eben sehr viel. Es wird sehr viel durch irgendwelche Scheiben geflogen, gesprungen, sonstiges. Angezündet. Ja, es ist schon ein Mega-Feuerwerk, was da abgeliefert wird oder die ganze Pyro und so weiter. Und es war halt irgendwie so, fast irgendwie so voll so metamäßig, weil du siehst ja quasi in dem Film-Folger, wie sie diesen Film Metal Storm drehen und wie da so dieses Stunts vorbereitet werden oder wie das dann abläuft. Und was mir halt dann besonders gut gefallen hat, war dann eben am Schluss vom Film siehst du halt dann wirklich die Szenen, wie sie vorher gedreht haben mit den richtigen, echten Stunt-Leuten. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären, dass es jeder jetzt kapiert. Also am Ende gibt es, wie gesagt, so im Abspann halt so Outtakes nenne ich es mal. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese alten Filme hier auf dem Highways die Hölle los. Da war es ja auch damals so. Also die alten Leute von uns werden sich noch erinnern. Ja, definitiv. Das fand ich auch ganz schön. Nee, ich erinnere mich nicht. Ja, gut, danke. Ich bin nicht so alt. Möchte jemand von euch die Moderation übernehmen? Ich bin gerade dabei zu weinen. Wie alt war es nochmal? Okay. Also, der Film ist ja eine Action-Komödie, da sind wir uns ja einig, ne? Ja. Fandet ihr denn, dass die Tonalität immer so aus einem Guss war? Weil ich muss sagen, hin und wieder, gerade im Mittelteil, hat er dann doch so ein bisschen gestockt. Da gab es Momente, wo ich gemerkt habe, ah, Film, jetzt gerade verlierst du mich. Er hat mich zwei Mal wieder zurückbekommen, aber mir ging es wirklich so, dass ich manchmal so ein bisschen Angst hatte, oh, oh, nicht Film, dass du gerade in die Richtung gehst, wo ich nicht mehr mitgehen kann. Wie war es da bei euch, Melanie? Ja, ich habe auch gelesen, dass halt Leute das ein bisschen kritisieren, dass er seine Genres nicht so gut jonglieren kann. Ist er jetzt mal gerade eben Rom-Com-mäßig oder ist er jetzt halt gerade wirklich dieses Action-Ding? Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, das werde ich jetzt die ganze Zeit sagen bei jeder Kritik, die du sagst. Ich versuche hier nur ein bisschen Dynamik reinzubringen, ist okay. Ich fand es gar nicht so schlimm. Also es war für mich total in Ordnung und ich hatte eigentlich auch mal Spaß damit. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht ein bisschen manchmal gewünscht, dass er vielleicht auch mal so ein bisschen ernster wird. Ich glaube, das hätte dem Film sogar so ein bisschen mehr, ja, eigentlich muss er das auch nicht sein, also so ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Zum Beispiel jetzt in Hinsicht, dass er, dass Kurt Sievers ja nach dem Unfall so ein bisschen Trauma hatte in dem Sinne. Er hat einfach Angst, Sachen zu machen. Aber das wird immer mit so einem Witz abgetan. Das fand ich ein bisschen schade. Wie war es bei dir, Theresia? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich gestört hat, aber mich hat es manchmal durcheinander gebracht, wenn es dann wieder so einen Schwenk gemacht hat. Du hast vorher noch irgendwie voll die Action-Szene und dann so quasi springen wir wieder zurück, weil er jetzt wieder irgendwie sich mit Jodie treffen will, um halt jetzt die Beziehung wieder zu kitten. Also manchmal hat mich das so ein bisschen aus dem Flow dann irgendwie mal rausgerissen. Aber ich war dann aber sofort auch wieder in der nächsten Szene drin und habe da dann wieder mitgefühlt. Ja, also ich würde den Film auch nicht tonal unrund nennen, das ist auf gar keinen Fall. Der ist an und für sich, der läuft halt viel geschmiert. Es gab halt hin und wieder so Momente, wo ich dachte, ich verstehe gerade diesen Zwift nicht, diesen tonalen Wechsel. Es gibt zum Beispiel eine Action-Sequenz, wo Drogen mit im Spiel sind, die optisch ganz ansprechend gemacht ist und auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Aber da switcht es mir plötzlich zu schnell von, okay, er ist halt stone as fuck und dann ist er nicht mehr so stone as fuck. Also er ist noch stone, aber gut, ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt sage Einhorn, ne? Nee, also ich glaube, also ja, nee, aber ich glaube, das fand ich auch schade. Also ich hätte das lieber noch gerne in dieser bunten Glitzerwelt gesehen. Aber du hast dann wirklich schnell wieder den Schnitt gehabt, dass er halt quasi wieder fast normal sieht bis auf so ein Einhorn. Es gab auch ein paar Szenen, wo ich auch gemerkt habe, die haben sie halt reingebracht, weil sie noch irgendwie eine kleine Action-Sequenz brauchten. Also es gibt einen Moment, wo er in einem Apartment von diesem Star halt ist und dann plötzlich von einer Frau halt angegriffen wird oder man sich fragt, warum, wofür war das jetzt eigentlich gut? Das war so unnötig. Ja, das stimmt. Das habe ich voll vergessen. Insgesamt ist es aber nichts dran, wo ich jetzt sagen würde, das macht den Film jetzt signifikant schlechter. Es ist einfach nur so, der hat da so ein paar kleine Stolpereien, aber jetzt nichts, was ihn zum Fall bringt, gar nichts. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Das ist ein richtig spaßiger Film. Und das liegt halt auch daran, weil ich finde, Ryan Gosling mit jeder Figur wunderbar connected. Es gibt ja nicht nur Emily Blunt, es gibt ja auch noch diesen anderen Stunt, die haben hier von Winston Duke gespielt. Dieser Dan heißt er, Dan Tucker. Die beiden haben auch eine richtig gute Chemie, sogar so gut, dass ich sogar sagen würde, ein bisschen weniger Emily Blunt. Weißt du, McCode und Dan, da wäre ich ja mit dabei gewesen. Ich mochte ihn auch. Ist auch mal schön, den Schauspieler wiederzusehen, jetzt abseits von Black Panther. Stimmt, ich kannte den Black Panther. Und bei Wir hat er mitgemacht von Jordan Peele. Das weiß ich auch noch, ja. Lass uns mal über eine zweite Kernkompetenz dieses Films reden, nämlich die Action. Regie führte David Leitch, der den ersten John Wick gedreht hat, zusammen mit Chad Stahelski. Und während Stahelski dann weiter bei John Wick geblieben ist als Regisseur, hat Leitch gesagt, gut, mach ich eben mein eigenes Ding. Also er war immer noch mit Stahelski zusammen. Also zusammen ist er jetzt nicht mit ihm, also geschäftlich meine ich. Und Leitch hat dann Sachen gedreht wie Deadpool 3, Hobbs & Shaw und zuletzt Bullet Train. Und hat dann mit Stahelski auch diese Produktionsfirma geöffnet, 8 Seven North Productions, wo man auch ganz oft das Logo der Firma innerhalb des Filmes sieht, was ich auch ganz schön finde. Ich kann auch komplett nachvollziehen, warum der Leitch diesen Film gemacht hat. Wie gesagt, das ist eine Liebeserklärung an die Stunts. Egal, was ich jetzt zu meckern habe, aber die Stunts, die Action ist gut gemacht. Das ist eine richtig schöne, massentaugliche Action-Inszenierung. Das ist nichts dran, wo ich jetzt sage, das kann sich keiner angucken, der kein Blut sehen kann oder so, weil die Action ist relativ zahm. Hier und da sieht man auch mal, dass ein Greenscreen zur Werke war oder dass irgendwas nicht echt war. Aber insgesamt muss ich sagen, von der Action her ist das richtig gut umgesetzt. Da gibt es von meiner Seite aus nichts groß zu meckern. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ich fand die auch richtig toll. Ich fand die richtig unterhaltsam. Ob das jetzt im Auto ist. War das ein Müllwagen? Das mit dem Hund war auch so toll. Dann halt auch später alles. Das war halt schon wirklich, es macht einfach Spaß. Und ich glaube, das ist eben genau das, was der Film erreichen möchte. Neben dieser Message mit den Stunts. Du hast halt wirklich von allem auch wieder etwas dabei. Du hast dann natürlich so die Autoverfolgungsjagd, dann eben diesen Stunt mit dem Container. Dann hast du aber auch quasi Fights. Dieser Fight beim zweiten Mal, wo er in der Wohnung ist, der hat mir richtig gut gefallen. Und dann die Action, die dir halt gezeigt wird, wenn sie halt diesen Film drehen, also was sie da gemacht haben, eben immer das mit dem, hier zündet ihn bitte nochmal an. Da war irgendwas auf der Aufnahme. Fand ich auch richtig, richtig gut gemacht. Oder alles, was da explodiert ist. Und dann die Farbdinge und dann ist da wieder Sand und Staub durch die Gegend geflogen. Also es war einfach irgendwie ein Feuerwerk. Ja, und vor allem, sie haben auch wirklich immer wieder ganz nette Ideen. Also es gibt halt diese Szene, wo er halt auf diesem Müllwagen da unterwegs ist und dann mit einer Schaufel sich daran dran hebt. Das sieht einfach toll aus. Das macht Spaß. Das war sogar so gut gemacht, dass es mich dann da gestört hat, dass der Film immer wieder zurückschneidet zu Emily Blunt's Figur, die Karaoke singt, was halt nett ist. Aber ich dachte mir, ich will das gerade nicht sehen. Ich möchte gerade sehen, wie Ryan Gosling am Müll-Container rumhängt, ja. Und vor allem, was der Film dann wirklich gut macht. Ich bin da rausgegangen und dachte mir so, hier und da, das ist vielleicht zu wenig gewesen. Aber bei den Actions, denen dachte ich mir, ey, ich wollte davon mehr haben. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist das ideale Gefühl, mit dem du aus so einem Film rausgehst, kommst raus, bist zufrieden und denkst dir, ah, ich hätte noch mehr haben können. So ein bisschen wie bei McDonalds. Du kommst raus, bist satt und danach denkst du so, na, eigentlich hätte ich noch Bock auf was ein bisschen mehr. Auf den Eis. Genau, auf den McFlurry, aber die McFlurry-Maschine ist ja immer kaputt. Wer kennt das nicht, ne? Ich hab noch einen Punkt, den ich richtig klasse fand. Also der Film hat angefangen und er hat angefangen mit dem Song I Was Made For Lovin' You von Kiss. Ich liebe den Song und das war einfach schon, ich saß da so und war nur so, okay, das wird gut. Das hat direkt alle abgeholt. Ich hoffe mal. Das hat direkt alle abgeholt. Und generell der Einsatz von Musik, es gab dann später auch nochmal eine Cover-Version von dem Song, auch in so einer richtig tollen Szene mit einer Bootsverfolgung. Und das war einfach so gut gemacht, wie die hier eingesetzt wurde. Dann gab es auch noch Taylor Swift mit All Too Well, wo ich als Taylor-Swift-Fan einfach nur da saß und ich war hin und weg. Ich war verzaubert. Ja, ich möchte auch kurz anmerken, dass eine gewisse Dame, die mit mir diesen Film auch geguckt hat im Kino, sie heißt Nelani, nennen wir sie einfach mal, ein bisschen schockiert war, als sie erfahren hatte, dass ich keine Ahnung habe, dass das ein Song von Taylor Swift ist. Ich meine, sie haben es auch in dem Film gesagt. Ja, eben. Ich meine, ich habe dich, glaube ich, auch nochmal drauf hingewiesen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch egal. Nein! Taylor Swift, ich meine, bitte, mach dir halt ein paar Songs. Okay. Ich werde das nicht gemacht. Aber es stimmt, also Musik ist mir auch aufgefallen. Also die Musik ist wirklich, also mir ging es genauso. Ich habe eben dieses Kiss-Lied gehört und da habe mir gedacht, okay, jetzt geht's los, ich bin bereit. Ich habe so Bock auf diesen Film, bitte lass den Film starten. Und halt auch immer so, dazwischendrin immer die Musik, ich finde, es hat dann einfach immer wahnsinnig gut gepasst und es hat einfach auch Spaß gemacht. Ja, also die Musikauswahl ist alles andere als innovativ und kreativ, aber sie funktioniert halt bestens. Also mir ging es auch so, dieses Universe-Logo, er wird so enthüllt und kommt so und da bist du halt drin. Und das ist einfach, das ist richtig guter 80s-Rock und halt eben diese Taylor Miff, so wie die heißt, das funktioniert einfach bestens. Und ich muss sogar so weit gehen, diese Karaoke-Szene, wo ich halt sage, ja, die kommt mir in einer falschen Position, einfach wegen diesem Schnitt halt, also dieser Schnellerei zwischen der Action-Sequenz. Aber wenn Emily Blunt ergänzt, all odds singt, das waren Gefühle. Da, da, das habe ich gespürt. Ja, Phil Collins ist einfach King. Ich liebe das halt einfach, weil es ist so übertrieben. Also, dieses ganze Drama zwischen dir, das ist eigentlich so aufgebauscht. Ja. Aber es ist irgendwie so unterhaltsam. Also, musikalisch ist der Film auch wirklich toll. Das ist eine Musik, warum das funktioniert auch so, weil die mit der Action untermalt, das knallt richtig gut rein. Und vor allem, die Musik, genau wie der ganze Film, hat halt immer noch so einen Augenzwinkern. Also, sowas leicht Ironisches, ohne dir jetzt aber andauernd so mit der Schaufel ins Gesicht zu schlangen zu müssen, das ist nicht ernst gemeint. Du merkst einfach, okay, das ist halt witzig gemeint. Aber trotz allem nehmen sie dann doch die Figuren und die Geschichte dann noch ernst genug. Das hat mir eigentlich wirklich fast schon imponiert, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass es halt so ein Meta-Lachfest wird. Und das wurde es dann doch nicht. Das fand ich schön. Ja. Wobei es ja schon auch Figuren gibt, die arg überzeichnet sind. Und da kommen wir mal jetzt noch mal zu Aaron Taylor-Johnson und Hannah Weddingham als Produzentin. Die sind halt wirklich so, stell dir einfach eine Charikatur eines Superstars und einer Hollywood-Produzentin vor. Du hast diese beiden Figuren. Aber ich muss sagen, es hat für mich funktioniert. Wie war es bei dir, Theresia? Ja, also ich fand sie schon gut. Ich fand, es war ja auch klar, dass die das mega übertrieben darstellen. Also er sich so als der Superstar von jedem Film sieht und sie halt als die Mega-Agentin und Mega-Produzentin und so weiter. Und die alles immer mit so einem Augenzwinkern regelt und so quasi Geld regiert die Welt. Aber zum Schluss habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, wie kann man jetzt nur so nervig sein und so übertrieben? Aber es war jetzt auch wieder nicht so, dass es mich so arg gestört hat, dass es mir den Film kaputt macht. War schon grenzwertig für meinen Geschmack. Ich dachte mir auch nur so, warum kann die ein Hubschrauber fliegen? Weil sie Produzentin ist. Das können Produzenten. Einfach ja. Und das Gute an den Figuren ist, ich glaube, wir können ja hier ein bisschen auch sagen, dass sie halt beide unsympathisch sind, hoch 10. Und dadurch macht es ja auch irgendwie Spaß, dann so gegen sie zu wettern und so mit Colt Severs zu fiebern. Das muss man sagen. Ich möchte jetzt hier nicht genau darauf eingehen, warum wir gegen die Produzentin und diesen Hollywood-Star wettern. Das wird dann in der Handlung erklärt. Aber es funktioniert halt. Und da zum nächsten Punkt, wer jetzt erwartet, dass er bei The Fall Guy eine aufwendige, vielschichtige, spannungsgeladene und facettenreiche Handlung bekommt, da kann man, glaube ich, sagen, es ist halt quasi wie so ein Kiss-Song. Es geht halt gut rein, geht gut nach vorne. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie alle drei Takte die Oktave gewechselt wird. Oder hattet ihr eine andere Erwartung? Das ist jetzt nicht so ein verschachtelter Ding, wo du denkst, okay, ist jetzt der Freund oder Feind oder wer betrügt hier wen? Also das ist schon, es gibt halt so ein Grundproblem, sage ich jetzt mal. Und dann läuft es halt so nach dem Schema F ab, was aber halt nicht schlecht ist oder verkehrt ist. Weil das, wie sie es halt machen, finde ich halt einfach großartig. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen Film, wo ich einfach rausgegangen bin und war so, nicht, dass ich jetzt sage, dass ich rausgekommen bin und dachte, wow, Wahnsinn, aber so zufrieden rausgekommen bin. Einfach so, ach, das war schön, Punkt. Meine Freundin war auch mega begeistert von dem Film und die ist, was Filme auch geht, immer auch sehr kritisch. Und es hängt garantiert nicht damit zusammen, dass Ryan Gosling mitspielt. Ja gut, aber wer Ryan Gosling nicht schätzt, der hat mit Filmen auch nichts zu schaffen, meiner Meinung nach. Also meine Begleitung fand er ihn auch toll. Das kann ich bezeugen. Meine Begleitung fand er ihn auch toll. Ja, er meint halt vier Sterne auf jeden Fall. Aber die meisten geben dir nur dreieinhalb. Du zum Beispiel. Ja, ich muss das auch nochmal bedenken, weil ich bin, also ich will dem eigentlich viel geben, weil ich hab halt einfach so eine gute Zeit. Ja, ich will dem eigentlich auch viel geben, aber ich hab das Gefühl irgendwie, es ist, also... Dann gib ihm doch einfach vier, ist doch deine Meinung. Ja, vielleicht sollte ich es machen. Ja. Ich mach es jetzt einfach. Männer, die machen das jetzt einfach für Ryan. Wir machen das jetzt einfach. Für Ryan. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, gebe ich ihm vielleicht doch nur drei. Okay. Nee, also, das ist ein definitiver Gute-Laune-Film. Die Blockbuster-Saison des Jahres hätte nicht besser starten können, meines Erachtens nach. Ganz ehrlich, ich möchte es nicht zu laut sagen, aber hey, ich würde mich nicht beschweren, wenn es in drei Jahren heißt, hier kommt The Fall Guy 2. Hätte ich kein Problem mit. Wenn es an Qualität nicht abnimmt? Ja. Dann ja. Was auch nicht an Qualität abnimmt, ist dieser Podcast. Trotz allem frage ich euch jetzt, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu The Fall Guy, außer euer Fazit? Das wette ich als Nein. Also, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ich fange einfach mal an. Der Film macht Spaß. Ist er perfekt? Nein. Muss er perfekt sein? Nein. Ryan Gosling ist King. Definitiv. Ganz ehrlich, 30. April läuft er. Es gibt für mich keinen Grund, warum man den nicht in den Kino gucken soll und eine verdammte gute Zeit haben sollte. Deswegen von mir eine Empfehlung. Theresia, wie ist es bei dir? Ich schließe mit dem nur an. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dem Film. Er ist halt, manche Sachen sind so mit den Augenzwinkern eben auf die Hollywood-Branche gerichtet zu sehen. Ryan Gosling macht einen super Job. Emily Blunt macht einen super Job. Ich konnte da, also ich fand die Action großartig Musik. Also, ich habe wenig Kritikpunkte, wie man wahrscheinlich schon im ganzen Cast gehört hat und kann den einfach wirklich auch nur jedem empfehlen, sich den im Kino anzuschauen und hat eine gute Zeit. Also, nehmt euch Freunde mit, wenn ihr welche habt und ein Bier und dann Rainer. Ich stelle mir gerade die Leute vor, die denken, okay, Bier habe ich, aber Freunde nicht. Oh nein. Traurige Geigenmusik. Ja. Ich kann es bezeugen, ich hatte auch ein Bier während des Films. Das hat, glaube ich, geholfen. Du hast auch ein Freund. Und ein Freund, genau. Ich bin ein glücklicher Mensch, berg ich gerade. Ich hatte, ich habe Bier und Freunde. Wahnsinn. Woohoo. Okay. Wow. Okay. Und mit dieser optimistischen und total guten Laune beende ich jetzt diesen Podcast. Ihr Lieben draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Die Theresia hat aktuell keine weiteren Projekte. Ich möchte noch an Schocker mit Schlogger verweisen, wo ich mit der Kollegin Schlogger immer Horrorfilme gucke. Auch hier beim Tele-Stammtisch. Immer am 13. des Monats gibt es neue Folge. Und die Melanie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Melanie Kali. Melanie, was erwartet uns da demnächst? Es fängt mit S an und endet mit einem N. Schogun? Schogun. Schogun oder Schogetten-Werbung? Was bespricht es? Beides. Okay, super. Die Schogun-Schogetten-Werbung demnächst bei Melanie Kali auf YouTube. Ich werde es mir ansehen. Ich bin gespannt. Und ich danke euch bis hierhin. Ich danke euch da draußen. Sage nochmal Tschüss. Dann sagt die Melanie Tschüss und der Theresia gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss und bis bald. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir weisen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.